Das ist erfreulich. Die Hanse haben wir außerdem schon besiegen können. Ebenfalls erfreulich. Gut, dann würde ich mal sagen, als erstes schnappen wir uns vielleicht Mecklenburg. Wobei wir von den Mecklenburgern gar nicht fordern können, dass sie uns eine Provinz geben oder ähnliches. Schade. Was auch der Fall ist, ist, dass meine Mannsstärke schon gegen 0 geht. Nachdem wir jetzt bisher nur durchgehend Krieg geführt haben, ist das auch logisch. Wir sollten dann doch vielleicht mal die Soldatenzahl deutlich steigern. Hier plus 77, den Luxus leisten wir uns. Plus 64 machen wir. 77, 77 und da ist unser Geld auch schon wieder dahin. So, gut. Dann hier, um weniger Truppen zu verlieren, spalten wir einfach eine Belagerung ab und gehen dann selber weg. Weil unsere Manpower, wie gesagt, ehrlich erschöpft genug ist. Und vielleicht noch eine zweite kleine Belagerungsarmee, um gleich das schwedische Gebiet noch zu übernehmen. Gut. Das wär's dann mal fürs Erste. Hoffen wir, dass die Dänen gegen die Schweden gewinnen, auch wenn's nicht danach aussieht. Das wäre für unseren Krieg hier sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Gut, ich stell mal hier wieder auf Geschwindigkeit 3, nachdem jetzt eh gerade nicht so viel los ist. Okay, bei mir sind alle Rebellen abgezogen jetzt. Endlich. Immerhin mal eine erfreuliche Nachricht. Ist ja schon ganz was Neues. Ich hoffe, Russland wird mir niemals Krieger klären. Oder sind die überhaupt so das Mächtigste, was es gibt gegenwärtig in Europa? Sehen wir uns das mal an. Truppenlimit. Das Höchste der Welt haben die Osmanen mit 258. Dann kommt Spanien, Großbritannien. Dann kommst du. Was? Du hast das vierthöchste Truppen... Oh, ich bin bei Flotten. Sorry. Ja, hätte mich sehr gewundert. Gut. Die meisten Truppen der Welt hat zu Russland 310.000. Wow. Danach die Osmanen, Spanien, Queen, Frankreich, Österreich, Großbritannien, USA und dann erst ich. Also da müssen wir es noch hocharbeiten. Und du kommst ja irgendwann so auf Rang 20 oder so mal. Demnach könnte das alles noch eher etwas länger dauern hier. Gut, wir verlieren wieder mal Macht. Hatte ich eigentlich ein positives Ereignis auch schon mal? Ich glaube nicht. So, hier holen wir jetzt noch mal plus 51 Soldatenzahl. Nur weil wir es einfach gerade sehr stark brauchen können. 894 im Monat ist allerdings auch nichts. Eigentlich gar nicht so schlecht. Gut. Ansonsten, wir können hier wieder irgendwo anscheinend missionieren ein bisschen. Dann werden wir dem auch gleich mal nachgehen. Und ja, Gebäude werden gebaut. Missionar ist am Arbeiten. Unsere Diplomaten sind alle frei. Ähm, die Osmanen waren doch mal unsere Verbündete da. Da könnten wir doch die Beziehungen sicher wieder etwas verbessern. Wettbewerber um die Weltherrschaft würde ich jetzt echt nicht sagen, dass ich gerade um die Weltherrschaft mit, äh, im Bewerb bin. Aber gut. In Mecklenburg geht unsere Belagerung immerhin sehr gut voran. Ah, wir könnten uns hier auch die Gebiete von Oldenburg möglicherweise zurückholen irgendwann mal. Also eher früher als später. Aber dazu bräuchten wir eine Flotte, mit der wir dort hinkommen können. Ja gut, ich stelle mal eins schneller wieder, wenn das für dich passt. Damit hier die Belagerung auch gut vorwärts geht. Äh, jetzt haben wir natürlich immer noch zwei freie Diplomaten. Polen wäre noch ein... Naja, nein, Polen hasst uns viel zu viel, als dass die uns jemals ein Bündnis anbieten würden. Bei den Russen könnten wir es ja mal probieren. Die Beziehungen eben genügend zu verbessern. Und bei den Briten, warum denn nicht? Und dann hoffen wir, dass uns das alles irgendwann wieder einen einzigen Verbündeten einbringen wird. Eigentlich hätten wir vorher mit den Osmanen gegen Österreich, das hätten wir annehmen können. Der Krieg wäre gewinnbar gewesen. Aber gut, nachher ist man immer klüger. Wir wären halt mit der mächtigsten Nation der Welt verbündet gewesen, was ganz nett wäre. So, in Mecklenburg haben wir fertig belagert. Dann könntet ihr euch ja eigentlich mal hier um Lübeck kümmern. Oh, nein, könntet ihr... Nein, 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 weg, 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 weg. Ja. Ja, Pause. Was hast du getan? Ja, die Pause ist nicht sofort angesprungen. Oh, ist die wieder weg? Was zum Teufel? Puh, 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 puh. Gut. Ähm, die Schlacht von Lübeck haben wir erstaunlicherweise sogar gewonnen. Aber da brauchen wir trotzdem Verstärkung. So, hier schon mal eine Armee gut vernichtet. Okay, dann könnten wir uns eigentlich aber auch hier aufhalten, beziehungsweise nein, könnten wir nicht, insofern unsere Armee nicht sich wieder auflösen soll. Ähm, mit den Mecklenburgern kann ich ja keine Verhandlungen führen. Könnte ich das denn mit den Oldenburgern? Ja, das könnte ich sogar mit den Oldenburgern. Da müsste ich die aber auch irgendwie erreichen. Dazu bräuchte ich Militärzugang durch euer Gebiet. Ah! Oh, ja, ganz toll. Okay. Ich glaube, wir wissen schon, wer hier keine Weltmacht werden wird. Du warst ja vorher noch nicht tot genug, jetzt mussten sie einfach noch ein bisschen nachlegen. Ich habe nicht mal noch Truppen, ich habe gerade alle meine Truppen getötet, damit ich nicht noch einen Lohn aufnehmen muss. Ja, also du, dir geht es eigentlich auch durchaus sehr gut, kann man da nur sagen. Ja. Ich habe schon fünf Löhne aufgenommen. Okay, fünf ist aber ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Also man kann hier, die Entwickler haben gesagt, so ab 100 wird es wirklich schlimm. Also ab 100 ist es so, dass dein Land das dann nicht mehr zurückzahlen kann. Ich meine, wenn du 90 Löhne aufnimmst, dann wirst du irgendwie wahrscheinlich ein Jahrhundert brauchen, um die zurückzuzahlen. Ja. Aber es ist halt trotzdem möglich, natürlich. So, ich hoffe mal, dass Schweden nicht so viele Transportschiffe hat, als dass sie eine Armee, die der meinigen jetzt ebenbürtig ist, oder dem, was von meiner Ebene noch da ist, jemals besiegen können. Die Franzosen wollen Militärzugang, den gebe ich ihnen sehr gerne, denn damit habe ich eine Art Garantie, dass sie mich nicht angreifen können. Aber mich. Ja, gut. Ich meine, du kannst gerne dann ein anderes Land spielen, sobald die Niederlande endgültig weg sind, weil die werden wohl nicht mehr lange bestehen. Nee, nicht wirklich. Könnte ich mit der Hanse Frieden verhandeln? Ja. Interessante Optionen, die sich hier mir auftun. Mir hier, hier mir, was auch immer. Gut. Ich stelle mal wieder um eines schneller, damit die Belagerungen vorangehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, sobald die Belagerungen mal abgeschlossen sind. Neuer Feind? Nein. Okay, also bis gleich. Ja, das Spiel belohnt uns wieder mal und schickt uns hier 29 revolutionäre Leute wieder mal. Die Alternative wäre gewesen, dass wir unser ganzes Geld verlieren. Demnach, ja, traumhaft. Wir können es hier aber immerhin mal mit der Hanse ein bisschen anlegen. Ja, dann würde ich sagen, dem kommen wir gleich mal nach. Wobei wir hier sogar ohne die Unterstützung es gewonnen haben. Dann schicken wir die größere Truppe der Armee, um die Revolte niederzuschlagen. Das geht am besten von Stettin aus. Weil dann haben wir vielleicht kein Rivercrossing. Was natürlich sehr erfreulich wäre. Wäre schön, wenn die Belagerung von Vorpommern jetzt genau aus wäre, aber ist sie wohl nicht. Gut, ihr habt einen Anführer. Wir warten noch ganz kurz, bis ihr wieder voll aufgeladen seid. Und dann greifen wir hier an. Ja. So, Technologie können wir auch wieder mal steigern. Ah, und den Vorpommern haben wir gewonnen. Das trifft sich wunderbar, um hier unsere Einheiten zu versammeln. Statt der Technologie, glaube ich, ist mir aber die Stabilität... Nein, kann ich mir gar nicht leisten, die Stabilität. Was rede ich denn hier? Ja, nehmen wir die Technologie. So, jetzt haben wir also die Aufklärung. Und wir haben auch eine sehr große Armee. Und mit der werden wir uns hier wieder mal einmischen. Und ja, immerhin sind so Rebellen, wenn sie einmal besiegt sind, dann auch weg und man muss ihre Armee nicht ewig weiterverfolgen. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. So, hier will sich die Hanse wieder mal einmischen. Oh, ja. Wenn man irgendwo hinklicken will und dann kommt einfach, statt dass man hinklicken könnte, irgendein Fenster, in dem man wieder irgendwas tun muss. Hm, können wir jetzt hier nicht zurückziehen. Lassen wir es mal eher langsam weiterlaufen. So, immerhin kann ich mich hier zurückziehen und die große Armee wird sich dann hier um die hanseatischen Truppen kümmern. Gut, die Hanse ist wieder mal besiegt. Wir lassen hier wieder mal eine Belagerung zurück. Und der Rest der Armee versammelt sich hier mit den anderen Truppen in Brandenburg. Hier, ah, wir können sogar dorthin gehen. Da belagern wir das auch noch und dann sollte das Hanse-Problem endgültig gelöst sein. Gut. Jetzt sind zwar unsere Armeen sehr aufgeteilt und damit angreifbar, aber... Hm, Schweden ist ja eh noch mit Dänemark beschäftigt, hoffen wir mal. Demnach sollte das noch kein so großes Problem sein. Ich hätte trotzdem lieber eine etwas größere Armee gegenwärtig. Aber ja, wer nicht. So, wieder Militärtechnologie. Das machen wir auf jeden Fall. Dann, hier, was können wir hier tun? Ah, das freie Feld hier ausfüllen. Seemacht, Quantität oder... Hm, ich würde sagen, auf jeden Fall was Militärisches. Demnach, wie viel wir hier erobern wollen. Wobei Geld natürlich auch nicht schlecht wäre. Aber ja, Militär vermutlich wichtiger. Abschaffung der Leib... Ähm, was machen wir hier? Wow, viel zu viele Fenster, immer auf einmal alles. Toll, jetzt wollte ich eines wegklicken und das nächste ist aufgeploppt. Ja, Befestigungen sind im Moment zu teuer. Und ich würde sagen, wir nehmen uns hier die Moral der Armeen, die zusätzliche, für fünf Jahre. Und die Quantitätsideen, ja, die sind auf jeden Fall nützlich. Die übernehmen wir auch noch. Und... Dann geht's weiter. Mit zahlreichen Belagerungen. Übrigens, in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, Cons14 ist gerade in einer sehr einfachen Situation, weil neben seinen minimalen Problemen mit Rebellen, die erst sein ganzes Land übernommen haben, hat ihm jetzt auch noch Napoleon den Krieg erklärt. Um das Ganze noch zu vereinfachen. Ich hab auch keine Truppen mehr. Ja. Das heißt, äh, Cons14 wird es nicht mehr allzu lange geben hier. Kann man schon mal sagen. So, was hätten wir hier? Württemberg will Militärzugang. Ja, könnt ihr gerne haben. Ähm. Ähm, republikanische Tradition haben wir gerade sehr wenig. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen einfach einen neuen militärischen Kandidaten. Ostfriesland haben wir fertig erobert. Dann trefft ihr euch wieder mit dem Rest der Armee. Und auch wenn es mehr aggressive Ausbreitung bringt, als wenn wir Kriegsgründe, äh, Kriegsrunde, ja, doch Kriegsrunde hätten, würde ich sagen, Oldenburg und vielleicht, wenn es sich ausgeht, die Hanse, werden wir jetzt trotzdem gleich annektieren. Einfach, weil wir ganz dringend mal ein bisschen Stärke gewinnen müssen, um uns hier in Zentraleuropa halten zu können. Die Bibel übersetzt. Äh. Und schon wieder. Mach. Wisst ihr, Ich verstehe, wenn das Spiel einem einmal eine inkompetente Regierung irgendwas, Event gibt, und dann einmal hat man Revolten und man schlägt die nieder und toll. Aber jetzt haben wir die vierte Regierung in Folge, die inkompetent ist und deswegen riesige Revolten spawnt. Und schön langsam finde ich es dann doch eher unlogisch. Gut. Ähm. Ja, die Bibel kann er gerne übersetzen. Habe ich jetzt nicht so das Problem damit. Und hier in Altmark können wir da irgendwie ohne ein River Crossing vielleicht angreifen. Offensichtlich eher nicht. Ähm. Hm. Das ist nicht gut. Erstaunlicherweise. Das heißt, wir müssen warten, bis ein paar Belagerungen noch fertig sind und dann erst können wir hier selber eingreifen. Gut. Ah ja, das sind wieder mal Republikaner-Rebellen übrigens. Also das Spiel hat einfach hier den grundlegenden Fehler, wenn einmal diese republikanische Revolte anfängt, dann hört sie nicht mehr auf. Das ist halt schon ein sehr, sehr, sehr grundlegender Spielfehler. Den die dringend patchen müssen, meiner Meinung nach, weil das sehr nervig ist, wenn man als Republik dauernd republikanische Revolten hat. Wenn es jetzt monarchische Revolten gäbe oder so, dann wäre das ja noch verständlich, aber... Gut. Ohne mich jetzt noch weiter hier auslassen zu wollen, ähm, vernichten wir die Revolte in Altmark, hoffentlich. Oder auch nicht, weil wir natürlich extremen River-Crossing-Nachteil haben. Sieht trotzdem ganz gut aus für uns. Ja. Immerhin waren wir damals siegreich. So. Nachdem das überwunden wäre, jetzt, liebe Oldenburger. Ah, da landen gerade die Schweden in Oldenburg. Volle Annektierung, Forderung senden, würde ich mal sagen. Nachdem die Oldenburger uns im letzten Krieg, ähm, ja, einiges weggenommen haben, werden wir uns jetzt alles natürlich zurückholen. So, die Schweden sind offensichtlich mit den Dänen jetzt fertig. Das heißt, ab jetzt schwedische Investionen in unser Gebiet. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Aber wir haben den Krieger auch schon fast gewonnen. Und ja, wenn die Truppen landen, dann können wir die vernichten und kriegen auch wieder Kriegskorps dadurch, was auch ganz gut ist. Ja, die Hanse, wenn wir das mal uns ansehen, könnten wir denn die annektieren? Auch noch. Also zum Vassal machen wäre mal schon möglich. Na kommt, schon wieder eine Revolte. Ach. Also schön langsam. Einfach. Es wird ein bisschen viel. Das ist jetzt auch irgendwie schon nicht mehr sehr förderlich für den Spielspaß, dass wir hier durchgehend nur noch Revolten haben. Aber ja. Schon in Ordnung. Hier unten in Ansbach die Revolte. Oh, und wir verlieren wieder mal Stabilität. Okay. Ich bin echt gespannt, wann wir das erste positive Event haben werden. Aber gut. Ähm. Nach Ansbach können wir gar nicht hin. Das heißt, die Republikaner da werden wohl einfach mal da bleiben fürs Erste. Na gut. Jetzt sind wir hier halt auch schon zu weit mit den Belagerungen, als dass wir das jetzt noch beenden wollen würden. Kannst du jetzt hin, bist du noch da? Ja, ja. Okay. Es passiert mir gar nicht so so, dass ich erobert werde. Ja. Finde jetzt ich mal sehr wenig toll, dass du erobert wirst, weil es die Franzosen schon wieder gewaltig stärken wird. Lübeck. Und Hamburg haben wir erst gewonnen. Dann hoffe ich mal, die Hanse hat keine Kolonien. Volle Annektierung. Forderung senden. Gut. Und jetzt wäre ich eigentlich auch bereit, mit den Schweden einen Frieden zu schließen. Insofern diese das schon wollen. Ziehen wir uns das mal an. Mecklenburg und Vorpommern, bitte. Ja, sie würden das annehmen. Das ist ja nett von den lieben Schweden. Bisschen Geld geben sie uns auch noch gleich dazu, bitte. Passt so. Gut. Jetzt haben wir dramatisch viel Überexpansion oder wie immer sich das genau nennt. Wir gegen uns. Ah ja. So, ich pausiere jetzt mal kurz, damit wir einfach mal alle Dinge, die jetzt zu erledigen sind, machen können, falls das für dich okay ist. Weil bei mir gerade einiges los ist. Okay, als erstes mal, wie sieht es mit der Armee aus? Wir können jetzt 70 Truppen haben. Das ist ja schon mal sehr erfreulich, die eine Nachricht hier. Außerdem haben wir jetzt jede, jede, jede Menge an Geld. Vor allem durch Handel. Was macht Wilhelm von irgendwas hier? Das ist toll, dass wir es in der deutschen Version hier H und dann Punkt, Punkt, Punkt. Entweder Handel weiterleiten oder Handel abschöpfen. So, ja gut. Der schöpft ab, oder? Ja. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt ein super gutes Handelszentrum in Lübeck erobert. Das spawnt uns jetzt erst mal praktisch unbegrenzt Geld. Dann können wir dadurch unser Land mal aufbauen, ein wenig. Aber was von vorher noch wichtig wäre, wäre, dass wir irgendwie diese Rebellen hier unten loswerden. Dazu brauchten wir hier ein paar Militärzugänge. Ihr wollt uns keinen geben. Okay, das wird dann schon schwer, dass wir da irgendwo hinkommen. Okay, niemand will uns Militärzugang geben, sodass wir diese Provinz erreichen könnten. Das heißt, wir können nichts tun gegen diese Revolte. Na gut. 70 Truppen. Wie sieht es denn mit dem Unterhalt aus? Wir haben überall im eigenen Gebiet zumindest 70, das heißt einfach eine Riesenarmee, einen Riesenstack. 70, da könnten wir 40, 20, 10 machen. Wer weiß, nicht sehr balanced. Vielleicht 6.